Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Pixelmon. Wir sind hier noch unten im Stollen. Ähm, ich muss noch kurz, ähm, das abmachen mit dem Map-Reiter, ähm, was war es, Insert, ja, Insert. So, und du gehst so hier hin. Ja, sonst habe ich dann in der Aufnahme das große New Waypoint-Fenster offen, also, ja, das kleine eigentlich, aber das große, die Verdunklung und so, na, vermissen. So, okay, jetzt haben plötzlich mehrere ausgeploppt, ich habe wahrscheinlich, äh, ich habe trotzdem nur 4 bekommen. Ähm, bin ich von hier unten gekommen? Nein. Ich bin von hier gekommen, wahrscheinlich. Ich bin nach oben. So. Ja, es leidet jetzt ein bisschen länger her, weil ich viel anders zu machen hatte. Ich habe mir einen Minecraft-Server, also einen Kollegen zur Hilfe und ich habe mitgeholfen. Und deshalb nicht so viel Zeit gehabt zum Aufnehmen. Aber jetzt kommen wieder mehr Videos. So, das Eisen mitnehmen. Gut, kann man das schließen, bitte. Blöde Quelle. Es gibt zu viele Quellen hier unten. Gut. Sonst gibt es nicht viel Wasser unten. Das ist aber wenn es so stollen ist, dann ist es immer viel zu viel Wasser. Und wo sind die Pixelmon, also die Pokemons? Hallo. Dann schaue ich mal, wo die Lava herkommt. Die muss eigentlich hier drüben sein. Hm. Da drüben. Und also was? Zeig dich Lava. Ich will die Diamanten-Klang. Ich kann mal ein bisschen lauter machen. Ist das eine Umgebung? Ja. Ist das oben? Ja. Da ist es. Also hier ist kein Lava. Gehen wir mal nach oben hier. Hier ist Lava. Kommt es runter? Nein. Ich möchte nicht wegen der Lava sterben, bitte. Die Lava ist tückisch. Sie ist mörderisch. Wow. Sehr viel Lava. So gut Schienen habe ich alles noch nicht mehr. Vielleicht brauchen wir sie dann später. Da ist ein kleiner Spinn-Spawner. Da ist ein kleiner Spinn-Spawner. Gift-Spinn. Aber ja. Eigentlich habe ich ja Monster aus. Ist das wieder an? Danke. Okay. Okay. Dieses ganze Zeit umgestellt. Nervt mir langsam. Ich weiß nicht. Nein, Pizza kann man nicht essen. Nein. Ach egal. Ja, besiegen. Also kaputt machen. Das ist gigantisch groß. Das ist ein großer Sturm. Ist richtig nice. Das Lapis. Mal ein bisschen Pixelmon machen. Wenigstens etwas. Ich habe schon gefragt, ob ich irgendwas falsch gemacht habe. Falsch geladen habe. Kommst du eigentlich mit, wenn ich jetzt hier laufe? Nochmals einen. Dann werde ich mal hier Wasser reinschießen. Oder gießen. So. Komm mit. Du kommst jetzt nicht mit. Okay. Ich sollte wieder nach oben. Vier Diamanten. Ja. Ach komm schon. Er isst was? Nö. Nirgends. Okay. Hier ist noch ein bisschen Stollen. Hier ist auch Lava. Lava. Auch weg gießen. Lava kann mir einen Neffe holen. Hm. Habe ich schon recht viel? Ja. Wahnsinn. Das lohnt sich so in einem Stollen zu suchen. Nach Ärzten zu tauchen. Ja. Okay. Nix. Dann ähm. Soll ich jetzt hier runter schauen. Nö. Was ist mit der Steilung los? Hm. Oh come on. Nein. Das mache ich lieber nicht. Sonst muss ich wieder das Ding abzwingen. Das Wasser. Ja. War ich hier auch schon? Ja. Da. Das ist noch die Truhe. Die nehme ich mit. Ähm. Haben wir den nicht markiert? Was soll ich mit einem Schwein spawnen? Was soll ich mit einem Schwein spawnen? Was sind die? Die Map nicht gespeichert wird. Ja. Dann nehme ich die gute Map, die ähm. Wie heißt sie? Ja. Ich werde mal schauen. Schauen nehmen. Die Schauen nehmen. Bis das glaube ich. Hm. Redstone. Ja. Nehm ich ein bisschen mit. Akku für die Level. Also jetzt kommen wir irgendwie nach oben. Ja. Ich denke, dass der Part nicht zu lang wird. Dann werde ich teleportieren. Weil wir ja sehr weit. Also wir müssen hier hochbooteln. Das ist ja langweilig. Okay. Sie waren gar nicht verletzt. So. Ähm. Wir haben Kühe gespawnt und noch keine Schafe. Schafe bräuchte ich eigentlich. Ich will ja eine Haus bauen. Hm. Ah, da unten. Stimmt. Schon so lange her. Ja. Also ich muss zuerst Eisen gießen. Sonst kann ich keine Schere herstellen. Ähm. Da hinten. So. Eine Kiste platzieren. Da ist Eisen. Ähm. Ich werde hier ja mal jetzt auch die Ärzte rein tun, damit die ein bisschen gesondert sind. So. Und die tue ich jetzt mal weg. Vielleicht jetzt wirklich nicht. Der weg. So. Nach oben bitte. Ja, die muss ich mitnehmen. So. Den auch reinlegen. Und. Und. Ja, die Ärzte reinlegen. Diamanten. Ähm. Obsidian werde ich dann später mal holen. So. Weil wir jetzt genug haben, mache ich auch eine Axt. Und eine Schaufel. Und da. Und das andere werfe ich jetzt mal weg. Und werf Schmutzer Drago. Tsch. 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 Schreien wir mal die Schafe. Hm, mit brauner Wohle können wir das Dach bauen. Schade wir haben noch so wenig. Dann werden wir dann mal eine Baufolge machen. Es ist wichtig, dass ich jetzt endlich mal etwas baue. Sonst ist es ja kein Bauprojekt. Und dann, wenn ihr Wünsche habt, würdet ihr das gerne unten hinschreiben. So, also bei mir fällt, können wir hier mal so ein Haus bauen. Was ist das? Oh, Krabi. Das ist ein Mega-Krabi. Das ist kein Kingler. Irgendwann ist das ein bisschen zu laut. So, dann mache ich mal das Grund-Fundament. Das möchte ich gerne mit dem Ding machen. Ähm, ich muss eins weniger machen, weil ich es nicht auf der Seite auch haben will. Daum, ähm, soll ich es eins nach oben? Oder soll ich es rein bauen? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ist auch gut. Ist auch gut. Zehn möchte ich gerne. Dann kann ich das noch ein weiter. Eins, zwei, hm, hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Dann habe ich gleich den. Ja, den baue ich wieder ab. So. Ja, meine Stimme ist noch nicht so gut. Tut mir leid. Ich bin noch ein bisschen erkältet. Es ist auch arschkalt hier. Wir wohnen auf 500 Meter oben. Ist zwar nicht so viel, aber wir haben gerade so richtigen Wind, weil bei uns sind die Berge nicht höher. Es ist näher tiefer im Jura. Also, das Gebirge heisst hier noch Jura. Und, ähm, ja, das ist eigentlich das Ende vom Jura Richtung Deutschland. Da kommt ja schon den Schwarzwald hin. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So. Weil das das Fondument ist und ringsum dann das Salzzehen ist mit der Wolle ringsum. So. So. Dann haben wir schön Laminatbohnen. Also ziemlich Laminat. Und dann kommt die Wolle ringsum. Ich werde es jetzt einfach mal weiß machen. Ich weiß nicht, ob ich, also ob ich das Haus überhaupt wo liegt machen soll. Ja. So. Da kommen noch Setzlinge runter. Ja, lass ich die Setzlinge. Die brauchen wir jetzt nicht. Ja. Haben genügend. So. So. Ähm. Mal kurz schauen wie lange der Part ist. Ja. 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 Ah. ещinn. Uh. Also am nächsten Part – Minimap wechseln. Hier unten ist nichts. Bisschen Wasser, bisschen … micro … ähm… Marvel. One more. Hmmm. Mama Mama ist nicht so schön. Wie wolle. Ich glaube, ich habe schon mal mitgenommen. So, diese Zähne. Ja, was haben wir denn? Einen Chasen. Oh, du bist ein Trainer. Du bist auch ein Trainer? Lasst uns zusammen mit dem Pokémon kämpfen. Zubat. Konfusion. Super effektiv. Sehr gut. Ja, machen wir nochmal. Nächstes. Sehr gut zum Trainieren. Okay, die haben gar nicht angegriffen oder getroffen. Kleinstein. Lebenshuler. Aha. Gegen Blitze willst du dich schützen. Okay, bringt dich aber nichts. Deine Pokémon waren besser als meine? Ja. Eigentlich wollte ich ja irgendwas fangen, aber... Ähm. Ja, das. Genau. 37. Hypno. Dave Zeppelin. Ähm. Lichterl. Ist das ein Shiny? Scheint so, aber man sieht gar nicht. Keine Effekte, nix. Weil die Bosse haben einen farbigen Namen. Das ist ein Shiny, aber... Den kann ich auch nicht fangen. Den kann ich auch nicht fangen. Einfach so. Schade. Aber das ist recht grässlich Farbe für uns scheinbar. Okay. Keine männliche oder so. Das ist nicht grässlich, aber... Nein, danke. Ja, also. Können wir leider nicht fangen, gerade. Weil keine Pokémon herumlaufen, die... Ja, anständig sind. Und auf niedrigem Level. Ist nicht so hoch. Rapfratz, ne. Ich mochte nie Rapfratz. Ein Mautzi. Was passiert eigentlich mit Zahltag? Gibt es die Zahltagattacke? Weil wir haben ja gar kein Geld. Ja, genau. Das wollte ich nicht. Das ist wahrscheinlich zu hoch. Ja, ja. Ah, ja. Lassen wir's. So. Lady Barfratz. Noch ein Radfratz. Hm. Was ist das? Also das ist ein Blattständer. Pikachu. Hm. Wird schon ein Pikachu, aber nicht so ein hoches. Da ist noch Lava. Nein, keine Lava an der Oberfläche. Hier weg. So. Hier hat's den Baum abgefackelt müssen. Kramox. Das ist, glaub ich, Unlicht... Unlichtflug. Hm. Da. Lebe 18, ne. Ein kleines und ein grosses Lady Bar. Okay. Ja, schade, dass es hier gerade nicht so viele Pokémon gibt. Sie sollten es eben ein bisschen begrenzen. Na, du. Was macht der Breakdance? Also gehen wir wieder zurück. Schauen wir mal um die Kühe. Und die Schafe. Bisschen vermehren. So. Ähm. Zu Bad. Ja, leider momentan nicht so erfolgreich. Ich frag mich, wo die Pokémon sind, wo ähm... Ja, zum Beispiel... Ja, so Pokémon, wo man halt fangen will. Zum Beispiel Stolunia. Die waren da vorne herum. Als ich das letzte Mal Let's Played habe. Schlimon. Ja, das waren noch Zeiten. Ist eigentlich gar nicht mehr so... Mal so lange her. Aber hat sicher Befehle in dem Mod gemacht. ... ... ... ... ... ... ... ... So, macht mal, Kind. Dankeschön. Jo, also dann mit der Part wahrscheinlich auch schon langsam fertig. Jo, nächstes Mal mit neuen Minimap, damit das nicht immer resetet. Und ja, Dankeschön fürs Schauen. Tschüss.